Rave Beats 808 Produktion Bitch du redest, du viel kriegst auf Kopf, ich hab den dicksten Cock Meine Arzten machen Parasit, verteilen Bricks, dann Block Ich hol deinen Mädel zu mir und dreh mit dir Pornos, die aussehen wie Cradle of Fear Deine Freundin konnte dich noch nie leiden, sie gibt Kopf, sieht meinen Cock, doppelt so auf wie Dann zeig die Scheide, spreiz ihre Beine, sie geht nach dem Kiffenstürzen Ich hab fünfmal mit dir Sex, als hätt ich in Kniffe gewürfelt Ich wix deine Hure voll, dreh mit dir seltsame Filme, Mann, als wär ich Uwe Boll Hab ne Fake-ID aus Israel und komm nicht durch den Zoll Jamaika-Style, der Bam für Pugel roll Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln Was? Keine Putten steigernd in Mitteln Was? Färbt hier den dicksten Cock Was? Wir sind hier die Kings am Block Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln Was? Keine Putten steigernd in Mitteln Was? Färbt hier den dicksten Cock Was? Wir sind hier die Kings am Block Ich unter Palmen mach mein Dicken, du hingegen nicht mehr wert Mach es wie beim Therma, kauf mir Frauen zum Geschlechtsverkehr Fulminant mein Leben, keiner kommt noch an Außer deine Bitch bei Arzen, weil sie super blasen kann Ich lass dich locker in dem Game und beiß mich fest Warte mal kurz, eigentlich mag ich kein Rap Steige in den Wagen und der Motor ertönt Fahr mit 30 durch die City, dass den Bass auch jeder hört Leg deiner fetten mal die Karten In der Hoffnung, dass sie atmen Steck sie in den Keller, denn ansonsten werd ich blind Alles was mich abverklass ich gar nicht an mich ran Außer Hunnies in der Porte, Mann, kurz angemachter Mann Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln Was? Keine Putten steigern den Mitteln Was? Färbt hier den dicksten Cock Was? Wir sind hier die Kings am Block Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln Was? Keine Putten steigern den Mitteln Was? Färbt hier den dicksten Cock Was? Wir sind hier die Kings am Block Bei einer Frau kommt nur aufs Aussehen an Sie ist ja auch nicht mehr als ein Gebrauchsgegenstand Nach fünf Polen, Urkostritzer, sind vor mir nicht mal die Cops sicher Wenn man mit einer Frau im Bett liegt, macht man es wie im Schützengraben Man darf vor dem Gegenüber keine Rücksicht haben Wenn du down bist, nimm ein Stückchen Klaren Oder rauch rein, nur so kannst du den Shit ertragen Wenn die Behinderten noch da anfangen, scheiße zu reden Wird sie weggebobst, gewürgt, vielleicht auch getreten Doch übertreib es nicht, achte auf, bleib im Geschehen Sonst wollen sie dich im polizeilichen Beisein vernehmen Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln Was? Keine Putten steigern den Mitteln Was? Färbt hier den dicksten Kock Was? Wir sind Tiddy Kings am Block Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln Was? Keine Putten steigern den Mitteln Was? Färbt hier den dicksten Kock Was? Wir sind Tiddy Kings am Block Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln 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 Was? Wir wollen bei Streit nicht vermitteln